Als ich dich aufnahm, versprach ich deinem Vater... Ich habe keinen Vater. Doch, das hast du. Einen, der stolz auf dich ist. Ein Chojin in Rekordzeit. Ihr wusstet, dass er kommt? Und habt nichts gesagt? Ich wusste, dass du so reagieren würdest. Ja. Takeda, dein Vater ist nicht dein Feind. Zehn Jahre. Keine Besuche. Nichts. Du hast mich verlassen. Ich habe dich nicht verlassen. Ich war acht. Meine Mutter war gerade gestorben. Jetzt kommst du zurück? Glaubst du, kannst du die Rolle füllen als stolzer Vater? Sohn, ich... Zur Hölle mit dir. Ich bin nicht dein Sohn. So, das nächste Kapitel. Vater gegen Sohn. Wir spielen Takeda. Was ich eben gerade richtig cool fand, dass wir mal Hanzo Hasashi gesehen haben. Die normale menschliche Form von Skorpion. Denn, ich habe es ja erzählt, Skorpion ist eigentlich keiner von den Bösen. Er wurde getäuscht. Er wurde zum Rachegeist von Quan Chi. Seine Seele wurde verkauft und versklavt. Und jetzt, wo aber hier Quan Chi sein Einfluss zerstört wurde, durch Raiden, ist es natürlich alles ein bisschen anders. Und Skorpion ist wieder ein Mann mit freiem Willen und kann natürlich hier seinem Clan wieder dienen. Er macht deswegen die Ausbildung unseres jungen Freundes hier. Vater gegen Sohn. Und wie es scheint, der Sohn ist jünger, frischer und stärker. Auch wenn der Vater hier ganz schön hart an mich rangeht. Alter! So, erstmal schön hier einen Tritt in die Fresse. Und die erste Runde gewinnen wir. Und wir schauen uns direkt hier mal den X-Ray an. Und hauen ihn daneben. Weil den X-Ray muss man in der Luft aktivieren. Kann man nicht am Boden machen. Boah! Boah, dieser Samurai hier. Besessen. Der Rachegeist eines wütenden Samurais. Also die Fähigkeiten hätte ich auch ganz gerne, die Kenchi hat. Allgemein finde ich, Kenchi ist wirklich verdammt cool. Besonders diese gealterte Version gefällt mir sehr gut. Er sieht ein bisschen dreckiger und düsterer aus. Davor war er mir immer so ein bisschen zu glatt. Aber Takeda gefällt mir gar nicht. Weiß nicht. Mit seinem Kampfstil kann ich leider wenig anfangen. Er hat keine Reichweite hier mit seinem Laser-Katana. Na, der Move hier, der ist ganz nett. Komm schon! Boah! Alles klar, wir haben ihn. War ziemlich eng. Steh auf. Ich will dich nochmal niederschlagen. Takeda, halt! Kenchi hat dich nicht verlassen. Er hat dich hergebracht, um dich zu schützen. Schützen? Wovor denn? Vor jenen, die deine Mutter ermordeten. Sie! Sie starb bei einem Unfall. Diese Version sollte Meister Hasashi dir erzählen. Aber in Wahrheit wurde deine Mutter von Attentätern der Roten Drachen getötet. Ich war das Ziel. Ich war das Ziel. Su Chen war das Opfer. Du Mistkerl! Es war deine Schuld! Dein Vater hat sein Leben dem Kampf gegen Monster wie die Roten Drachen gewidmet. Sie sind es, die keine Ehre haben. Du hättest die Wahrheit nicht verbergen sollen. Du hättest die Mörder deiner Mutter unvorbereitet aufgesucht. Ich konnte das nicht riskieren. Meister Hasashi hat dein Können im Kampf perfektioniert. Es ist Zeit, dein Training abzuschließen. Wie... wie hast du das gemacht? Wir sind Telepaten. Eine Familiengabe. Ich kann Gedanken lesen? Wir werden den vollen Umfang deiner Fähigkeit herausfinden. Und dann werden wir die Roten Drachen jagen. Gemeinsam. Das ist Devorahs Werk. Sehe ich auch so. Nur sie kann solche Wunden verursachen. Diese Devorah steckt voller Überraschung. Es bleibt die Frage, ob sie mit jemandem zusammenarbeitet. Was ist? Mist, er hat uns entdeckt. Okay, Leute. Diamant-Formation. Takeda, du bist vorn. Jackie, du kommst nach. Kung-Zhin Luftsicherung. Geht klar. Die Erdenreichler. Der Waurer hat sie befreit. Nategasu! Wasserstthere. Die Erdenreichler. 月廣 Verhalten. KWAS기로. Ablä und Frauen. せ. An процесс, sie boatswain. Baradasti speulen. Tiefel. Abläuft vender! Abläuft cowork wenn ihr. Desu nuit. B Ir. или gar nicht stärker. Abläuft livre. Abläuft vkind! Tja, schon ziemlich geil, wenn man Gedanken lesen kann. Was, Reptile? Oh, die Säureblase kommt. Alles klar, Reptile wird eine richtig miese Nummer. Wir haben keinen Laser-Katana mehr dabei, sondern jetzt die Ketten, die Peitsche. Spielt sich natürlich wieder völlig anders. Aber trotzdem ziemlich flott. Hey, kann ich da hinten Leichen werfen? Seeleichen? Also Seeleichen schleudern wäre sowas, was ich gerne tun würde. Ja, Reptile, einer der ältesten Kreaturen in der Serie von Mortal Kombat und war immer sehr, sehr cool. Ich kann mich noch an den ersten Mortal Kombat-Film erinnern, der übrigens immer noch ziemlich sehenswert ist, wenn man so ein bisschen auf Trash steht. Und da sah Reptile auch ziemlich krass aus. Damals sehr beeindruckend. Da war es ja so eine abartige Kreatur. Boah, bin ich hier verlangsamt? Alles klar, ich will unbedingt so eine Seeleiche hier schleudern. Bam! Wow, 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 wow! Säure ins Gesicht! So, X-Ray. Wir hauen ihn raus. Die Peitsche in die Fresse rein. Deep Throat. Mit Face Break. Wow, das Zuseh tat schon weg. Yep, das tat es wirklich. Mieser Spruch. Mieser Spruch, mein Freund. Komm, einmal hier so eine Leiche werfen. Jetzt haben wir hier drüben irgendwas, mit dem wir interagieren können. Na, wir können hier die Nummer machen. Ah, hier drüben war eine. Ey, die Säure hier trifft mich auch wirklich immer wieder. Wow, 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 wow! Shit! Yep, wir werden langsamer hier durch. Eben gerade beim Sprung hat man es schön gesehen. Ein Schlag in die Eier und erledigt. Reptile, kein Problem. Einer weniger, noch zwei. Wenn wir zurückkommen, bringst du mir das bei. Abgemacht. Geh und hilf mit Ermek. Ich mach das. Du glaubst, du schaffst mich allein? Du bist entweder mutig oder ein Narr. Oder ich bin beides, Aaron. Vielleicht bin ich beides. Alles klar, Aaron Black scheint eine härtere Nummer zu sein. Reptile hatte keine Chance gegen uns. Mal sehen, was Aaron Black so drauf hat. Spielt auf jeden Fall ziemlich gesetzlos. Sehr, sehr dreckig. Boah, was war das? Er hat die Wasserleiche geworfen. Zack, die Beine weggezogen. Der Klassiker eben. Und hier kommt das Fass. Mal schauen, der X-Ray ging natürlich durch. Schön hier die Peitsche gewürgt. Den Rücken gebrochen. Das Gesicht zertrümmert. Runde 1 gewinnen wir. Also ich muss sagen, die Peitsche gefällt mir besser als das Katana. Ist wirklich irgendwie geiler, das Ding. Hat mehr Reichweite und so. Wow, 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 wow. Cooler Move. Sehr, sehr cooler Move. Machen wir mal den hier. Oh, das tat weh. Alles klar, jetzt gerade habe ich gut die Kontrolle gewonnen. Hey, das Ding gewinnen wir. Das Ding gewinnen wir definitiv. Mutig oder ein Narr, ich lebe noch. Mal sehen, was ich hier lernen kann. So viele Seelen. Alle gefangen. Wir existieren, um zu dienen. Gebunden durch die Magie Chaokans. Das Chaos. Die Stimmen. Wir sind vier. Du nur einer. Deine Fähigkeiten verlassen gegen unsere. Ermac, der finstere Geist. Das Seelengefäß. Eine sehr unheimliche und mystische Kreatur. Damals ein Diener von Shaokan. Jetzt steht der Kotel unter seinen Diensten. Und ja, Ermac ist extrem geliebt, habe ich gesehen. Ich habe ja in der ersten Folge gefragt, wer ist euer Lieblingscharakter? Und sehr viele haben gesagt, Ermac. War schon damals so in meinem Let's Play, als ich Teil 9 gemacht habe. Da waren auch sehr viele Ermac-Fan. Da bin ich ein bisschen überrascht. Denn Ermac ist jetzt nicht unbedingt der bekannteste von allen. Klar, er ist cool. Gefällt mir auch sehr gut. Aber hätte ich echt nicht mitgerechnet, dass so viele Ermac mögen. Boah, Ermac ist aber auch wirklich stark. Stellt sich hier gerade ziemlich gut an. Aber jetzt bin ich dran. Und einmal schön hier der Armbruch. Runde 1 geht an uns. X-Ray direkt hier zu Beginn. Ich mag den Sound, wenn die Peitsche in den Mund geworfen wird und hinten am Schädel wieder rauskommt. Bam. Ermac, lass es stecken. So, die Beine weggezogen. Da hat er keine Chance. Da hat er keine Chance. Upper Cut. Sieg. Ich glaube, ich habe genug von der Außenwelt. Kein Wunder, dass Dad in Rente ist. Wir müssen Devorah finden. Und das Amulett. Dann los. Die sind nicht ewig K.O. Devorah? Und die Erdenreichler? Sie hat das Amulett gestohlen. Verhalf ihn zur Flucht. Ein Verrat für den Donnergott. Verletzend, Devorah. Bereite die Legionen vor. Wir ziehen ins Erdenreich. Wir holen das Amulett zurück. Von diesem Teufel Raiden. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020